sieht schön aus auch wie die wolken darüber längs gehen super dann haben wir den turm ja auch bald könnt ihr euch angucken hier natürlich ihr besetzt natürlich auch das zweite gehege wo eigentlich gleich gleich kühle reinkommen sollen was so viel glas habt ihr ja da kommt noch ein bisschen die zwei sind natürlich wieder aus können wir erst mal die hälfte hier oben rein dann brauchen wir was zum verbraten ja die 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 haus selbst gehe ich ungern her haben wir noch im mülleimer cola auf der müllkirche hier unten müssen wir noch genau dann fahre mich mal kurz die ab gibt ja auch erfahrungen level hier die musik die musik finde ich schön du hast vergessen hier von kohle 18 stück so und so gibt es eigentlich für die öfen wieder was zu tun wo jetzt sind die vier anderen auch rausgegangen super schön gefällt mir gefällt mir so hier brät noch mal das letzte jahr und ich mache noch mal kleine überstunden hier für den turm wird das aber immer noch nicht reichen dass da muss noch mehr hin ja ja so bühner ja geht bei euch auch gut ja ja jetzt müssen wir mal gucken jetzt sagen wir eben den boden aus nachdem wir geschlafen haben und dann machen wir daraus auch einen kleineren keller im turm keller im turm ja das geht ja nicht und dann können wir mal gucken mit dem glas erst dann ausschaut das muss er jetzt irgendwie funktionieren brauchen tools hier eine schöne schaufel ja das brät hier weiter vor sich hin da ist der kabel tower ganz einfach der kabel tower so wird er heißen vom namen her ich gebe ja gern mal in sachen den namen so so Oh! How? Yo! Okay. So. Erstmal hier den ganzen Boden ausheben. So. Ja, auch hier unten ist hier direkt schon wieder Kohle, Granit und mehr. Das gefällt mir. Okay, dann können wir mal hier so langsam hier unten längs bauen. Ähm, vielleicht noch eine tiefer. Noch ein Stückchen tiefer müssen wir... So. Kohle muss hier auch weg. Hätten wir jetzt Stöcke, hätte ich mir jetzt, äh, tatsächlich hier so ein bisschen Kohle gemacht. Äh, äh, Fackeln hier ein paar Fackeln gemacht. Wir haben zwar noch so genug hier auf Vorrat, aber sonst hätte ich vielleicht für hier so ein bisschen, ne? Versteht ihr? Damit wir hier nicht so alleine sind, so... Alleine, vor allen Dingen alleine. Wie komme ich jetzt auf alleine? Man merkt schon, dass die Aufnahme-Session mir viel, äh, hier... Mein Leben hier zerstört, sozusagen. Vom... Sprachlichen her. Puh, das ist die längste Aufnahme-Session, die ich bisher gemacht habe. So. Ähm, hm, hm, hm. Noch ein Block tiefer? Guck mal, hier müssen wir zum Beispiel darauf achten, dass wir uns hier nicht verbauen oder so. Ja, wir können hier noch so ein bisschen tiefer machen. Dann fahren wir auch noch gleichzeitig was. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Diamanten. Aus diesem Diamanten mache ich dann wahrscheinlich neue Tools. Wir haben da auch nicht mehr so viele Tools und wir müssen mal wieder irgendwann mal Holz hacken. Das Holz, was wir jetzt, ich glaube, vor 20 oder 30 Folgen jetzt schon gemacht haben, gehackt haben, vor 40 eigentlich am Anfang... Jetzt haben wir das ganze Holz gefarmt. Das reicht, das reicht ja bis zur jetzt, bis zur 67. oder 68. Folge oder wo wir jetzt schon sind. Keine Ahnung. Ja, wie lang das reichen kann. Ach du Scheiße. Ja, gut, okay. Hey, 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 hey. So. Kurze Fackel. Alter, was ist denn hier los? Sieht interessant aus. Oh, oh. das gefällt mir super super ich will noch mal was essen das war mein letztes brötchen springt springt los 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 super gut gemacht du solltest eigentlich von mir aus hier war ich schon mal geil alter ist das gras im diamantrausch von hier kommen wir irgendwie hier ist der spawner der alte schön dass ich jetzt eine fliedermaus getötet habe ich bin das wird gesagt hoffe ich mal was haben wir denn hier hallo den spawner aber auch schon ausgeräumt scheiße im wasser bist du unbesiegbar doofes skelett habe ich doch gewusst haben wir schon alles hier rausgeräumt hey willst du da unten bleiben ja bleib mal lieber da so ja gut dann würde ich sagen wir mal wieder nach oben wir kommen hier bei den ersten spawner nach oben wir haben den dicht gemacht ich weiß es nicht egal wir kommen schon irgendwie nach oben wir haben den dicht wir haben den dicht gemacht was ist denn das für mocke also die musik gefällt mir ich lass mal die musik für sich sprechen ja 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 naja ja 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 schon bei den ersten Bewege die schon ein bisschen älter 1990 oder 80 70 60 50 50er Jahre schön ja schön schön gemacht